In Snagit müssen Sie nur einen Schalter umlegen, um die Objekte in Ihrem Screenshot einzeln zu bearbeiten. Wenn Sie einen Screenshot aufnehmen, wird er als abgeflachtes Bild in den Snagit-Editor übernommen. Das heißt, ich kann nicht auf einzelne Elemente klicken. Wenn ich den Cursor über das Bild bewege, gibt es nichts auszuwählen. Um das zu ändern, wähle ich in der Bearbeitungssymbolleiste das Werkzeug Verschieben. und schalte Smart Move ein. Snagit analysiert nun das Bild und erkennt bearbeitbare Objekte. Wenn ich den Cursor jetzt über das Bild bewege, kann ich viele verschiedene Objekte auswählen. Wenn das Ergebnis nicht wie erwartet ausfällt, können Sie die Detailanalyse bei der Erkennung mit dem Schieberegler in den Werkzeugeigenschaften ändern. Wenn Objekte nicht gruppiert, sondern einzeln erkannt werden sollen, bewegen Sie den Schieberegler nach rechts. Wenn Objekte stärker gruppiert werden sollen, zum Beispiel um Wörter oder Textzeilen statt einzelner Buchstaben zu erkennen, bewegen Sie den Regler nach links. Wenn Sie den Cursor über das Bild bewegen, werden Ankerpunkte für bearbeitbare Objekte angezeigt. Klicken Sie auf ein Objekt, um es zu verschieben, zu skalieren oder zu löschen. Wenn Sie ein Objekt verschieben oder löschen, wird der Hintergrund automatisch passend zur Umgebung ausgefüllt. Das funktioniert genau wie das automatische Ausfüllen beim Werkzeug Auswahl. Ein Tipp. Beim Verschieben kann es vorkommen, dass Textelemente oder andere Objekte verzerrt dargestellt werden. Setzen Sie in diesem Fall die Zoom-Optionen auf Originalgröße oder 100%. Dies stellt sicher, dass das Bild und Ihre Änderungen in der Leinwandansicht von Snagit Editor korrekt dargestellt werden. Und noch ein Hinweis zum Schluss. Wenn Sie diese Cursorform sehen, hat Snagit das Objekt unter dem Cursor als editierbaren Text erkannt. Klicken Sie auf das Objekt, um zum Werkzeug Text zu wechseln und den Text zu ändern. Mit dieser leistungsstarken Funktion können Sie bei der Bildbearbeitung viel Zeit sparen. Wenn Sie mehr über den Snagit Editor erfahren wollen, schauen Sie sich die anderen Tutorials an. Vielen Dank fürs Zuschauen! Vielen Dank fürs Zuschauen!